Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu UML. Heute geht es um was komplett neues, nicht mehr um Klassendiagramme, sondern um Aktivitäts- oder auch Flussdiagramme. Ja, das ist eine komplett neue Art von Diagramm. Ihr seht, ich habe hier auch in DIA, das ist das Programm, was wir hier benutzen, falls ihr die letzten Videos nicht gesehen habt, habe ich hier auch ein komplett neues Fenster aufgemacht, das heißt wir benutzen was komplett anderes. Es sieht wirklich absolut nicht so aus wie ein Klassendiagramm, hat eigentlich auch nicht arg viel damit gemeinsam, außer dass es zum Software-Design gedacht ist und dass es im UML-Standard drin ist und deswegen behandeln wir es auch in dieser Serie hier. Fangen wir einfach mal direkt an mit einem Aktivitäts-Diagramm. Wie der Name schon sagt, so schön, könnt ihr Aktivitäten von eurer Software darstellen. Das heißt, ihr könnt darstellen, was soll die Software wann tun. Und das ist gar nicht so schwer, man sollte sich allerdings an ein paar kleinen Regeln halten, aber es wird auch nur ein Video hier zu geben. Gut, also was für Regeln haben wir hier? Ich benutze wie gesagt das Programm DIA, aber DIA ist leider nicht ganz optimal dafür. Wir haben hier zum Beispiel nicht die Möglichkeit, diesen Kreis einfach von Beginn an schon schwarz auszuwählen, aber eigentlich muss der am Anfang, also der initiale Bobble hier, der ist eigentlich immer so wunderschön schwarz. So, also der erste Bobble, das ist quasi der Punkt, wo ihr anfangt. Das heißt, da ist quasi Programmstart oder Anfang dieser Sequenz, die ihr eben darstellen wollt. Es muss nicht immer das komplette Programm modelliert werden, das wäre ja auch ein bisschen arg Overkill. Beispiel, stellt euch mal vor, ich müsste jetzt für ein Computerspiel oder sowas ein komplettes Flussdiagramm schreiben. Mensch, da wäre ich lange beschäftigt und das wäre wahrscheinlich ein Riesending geworden. Ne, macht man nicht. Man gibt dann zum Beispiel eine kleinere Sequenz an, also zum Beispiel, wenn man sich einloggen möchte, sowas kann man dann zum Beispiel als Flussdiagramm angeben. So, was wir jetzt hier machen ist, wir wollen modellieren, wie es weitergeht. Und dazu benutzen wir hier wieder diesen Assoziationspfeil, der eigentlich hier ein bisschen missbraucht wird, aber man kann ihn dazu benutzen. Wie gesagt, ich finde die ja hierzu nicht so geil, ich benutze es eigentlich auch ansonsten nur für die Klassendiagramme. Ich persönlich male die eigentlich ganz gerne von Hand auf, aber das ist wirklich Geschmackssache. So, jetzt muss ich kurz gucken, ist es die richtige Richtung? Ja, wundervoll, ist die richtige Richtung. Okay, so, man hat ja auch eigentlich nichts draufstehen auf diesen Pfeilen. Ich schiebe den gerade mal ein bisschen tiefer hier. Man hat auf diesen Pfeilen eigentlich nichts draufstehen, man möchte ja nur zeigen, was nach was kommt. Das heißt, nach dem Startpunkt kommt der nächste Punkt. Also zum Beispiel können wir hier sagen, hier ist jetzt eine Aktivität. Welche Aktivität könnte hier sein? Naja, zum Beispiel, ich möchte Software entwickeln. Also fange ich an und mache mir Gedanken, ich überlege mir irgendwas. Jetzt muss ich hier wieder wechseln, Flussdiagramm. So, dazu nimmt man normalerweise diese wunderschönen Ellipsen hier. Und ja, jetzt kann ich hier reinschreiben, was ich zum Beispiel modellieren möchte. Also in meinem Fall, ich mache mir Gedanken über mein Projekt. Also Projektidee. Das ist wirklich nicht groß. Naja, okay. Dann können wir hier noch ein bisschen näher heranzoomen und das Ganze ein bisschen kleiner machen. Hier so. Damit ihr auch super was davon sehen könnt und nicht so, naja. Okay. So. Jetzt haben wir hier unsere Projektidee. Was kommt nach der Projektidee so bei der Softwareentwicklung? Ich kopiere mal hier den Pfeil. Ähm, ja. Was macht man danach so? Naja, man entscheidet sich. Möchte man das Projekt überhaupt verwirklichen? Oder war die Idee vielleicht doch ein bisschen bescheuert? Achtung. Das hier ist jetzt tatsächlich kein Prozess, den ihr so anwenden sollt. Das ist ein wunderbar schlechtes Beispiel. Ähm. Für irgend so ein Flussdiagramm. Aber da wir gerade die ganze Zeit über Softwareentwicklung reden, dachte ich mir. Hey, das passt doch vielleicht ein bisschen hier rein. Also Achtung, nicht so benutzen in der Praxis. Das ist wirklich nur, um dieses Flussdiagramm zu beschreiben. Wir werden Prozesse und so weiter, falls wir es noch nicht gemacht haben, noch genauer betrachten. Okay. Also nicht einfach hier so benutzen. Okay. Ähm. Also was machen wir hier? Wir haben nach unserer Projektidee, müssen wir erstmal gucken, ist diese Projektidee sinnvoll oder macht sie keinen Sinn? Und da kommt dieses komische Teilchen hier ins Spiel. Das ist eine Entscheidung, sozusagen ein If in eurem Flussdiagramm. Hier könnt ihr sagen, ähm, wenn diese Projektidee sinnvoll ist, dann möchte ich die auch wirklich durchsetzen, ansonsten lasse ich es bleiben. Und das macht man, indem man hier einfach sozusagen diese Raute reinpackt und jetzt kann man hier, ähm, teilen, also quasi den, äh, den Pfad aufteilen. Da können wir dann reinschreiben, achso halt, stopp. Wir können reinschreiben, ähm, sinnvoll zum Beispiel. Na komm. Sinnvoll. Fragezeichen. So, das ist quasi die, äh, die If-Bedingung hier drin. Und jetzt können wir hier sagen, ja, sie ist sinnvoll oder nein, sie ist nicht sinnvoll. Je nachdem haben wir zwei verschiedene Pfade. Der eine Pfad geht nach rechts. Ähm, und da schreiben wir dann auch was dran. Nein, nicht hiermit. Wir schreiben hiermit was dran. So, und jetzt stehe ich gerade mit dem Programm ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich hier nicht einfach was direkt an dem Pfeil dran schreiben kann, sondern ich muss dafür noch eine extra Box ziehen. Normalerweise schreibt man hier wirklich nur einfach was an dem Pfeil dran. Da ist jetzt die ja tatsächlich ein bisschen unpraktisch für diese Art von Diagramm, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, ich male die normalerweise eigentlich ganz gerne auf dem Papier. Oder in Visio kann man es auch super machen, muss ich mal so anmerken. Da gehen die auch, ähm, nativ schon direkt. Okay, also das Ding ist nicht sinnvoll, also nein. Na, komm schon. Lass mich jetzt da reinschreiben, bitte. Okay, also es ist nicht sinnvoll oder es ist sinnvoll, dann haben wir wiederum einen weiteren Pfeil. Und der Pfeil geht dann zum Beispiel von einer von diesen Ecken hier ab. Wenn ihr mehr als zwei Bedingungen habt, oh, was ist denn hier los? Ähm, wenn ihr mehr als zwei Bedingungen habt, dann könnt ihr hier einfach sagen, okay, äh, ich habe hier eben noch eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte, ähm, das heißt mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Aber normalerweise sollte man hier schauen, dass man sich eigentlich auf Ja oder Nein beschränkt, das ist das Beste. Warum kann ich das hier Ding jetzt nicht nach unten machen? Naja, gut, dann gehen wir wieder nach links, ähm, das ist wirklich suboptimal, das Teil. Aber okay, ähm, ja, also in unserem Fall ist jetzt natürlich das Ding hier sinnvoll, aber wenn es nicht sinnvoll ist, also wenn die Projektidee schlecht ist oder sowas, dann kommt man hier zu einem Ende. Und jetzt können wir hier mal ein Ende modellieren. Ein Ende sieht interessant aus, ähm, das ist erstmal so ein, wow, normaler Kreis und innen drin haben wir nochmal so einen durch, äh, ausgefüllten Kreis, wie wir am Anfang haben. Das heißt, wir haben eigentlich einen Kreis in einem Kreis, oh, komm schon, stell dich jetzt nicht so an. So, und, ähm, hier muss die Füllfarbe natürlich dann wieder so sein. Okay, also so sieht ein Ende aus, ein Kreis und innen drin ein ausgefüllter Kreis. Das ist quasi ein, ein Ende des Flussdiagramms. Man kann auch am, am Ende dann, also wenn man nur ein Ende haben möchte, hier nur ein, so ein Bobbel, kann man sagen, okay, ich führe die alle irgendwie wieder zusammen am Ende. Ähm, dazu kann man dann eine, ja, auch so eine Raute hier nehmen, werden wir aber gleich noch sehen. Okay, jetzt nehmen wir an, also, wenn es nicht sinnvoll ist, dann sind wir schon am Ende, dann ist unser Projekt quasi schon gestorben. Jetzt gehen wir hier weiter, wenn das Projekt sinnvoll ist, dann fangen wir an, das Ganze zu designen. Und das ist jetzt mal ein sehr abstrakter Prozess, mehr machen wir hier tatsächlich nicht draus. Wir sagen einfach nur designen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr grob, ich weiß, aber, ja, ähm, da kann man dann zum Beispiel Klassendiagramme bauen, die Architektur festlegen, nicht in der Reihenfolge, ähm, sich Gedanken machen, was man überhaupt für Klassen braucht, was für Interfaces, Schnittstellen und so weiter und so fort. Das fällt alles unter Design. Werden oder haben wir schon besprochen, je nachdem, wie weit wir gerade sind. So, und wenn wir mit dem Design zufrieden sind, dann können wir anfangen, ähm, das Ganze zu bauen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, hey, wir machen direkt weiter mit dem Pfeil. Und sagen, ähm, nein, ich nehme bitte, was machst du denn jetzt? Also normalerweise könnte man jetzt sich überlegen, ah doch, das machen wir noch rein, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, wir überlegen uns gleichzeitig noch, ob, ähm, unser Design die Projektidee auch wirklich verwirklicht. Das heißt, Projektidee, ähm, abgebildet oder sowas. Das heißt, unser Design soll, ähm, passen für unsere Projektidee. Äh, ansonsten sagen wir, nee, das macht keinen Sinn. Und wir müssen nochmal entweder ans Design oder sogar an die Projektidee zurückgehen und das Ganze vielleicht ein bisschen umstrukturieren, wie wir es gerade brauchen. Ah, schau mal eine an. Hier haben wir verschiedene Pfeile. Okay. Ähm, ja. Das, äh, ich sollte mich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Programm befassen. Wie gesagt, äh, Klassendiagramme finde ich super da drin. Alles andere habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber, okay. Ja, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne hier den Pfeil nach oben, äh, setzen. Aber egal, so geht's auch. Okay, das heißt, wir gehen von der Projektidee wieder hier, äh, von dem Design wieder zur Projektidee zurück. Wenn uns das Ganze nicht gepasst hat. Das heißt, wenn unsere Projektidee nicht so sinnvoll abgebildet wurde. Wenn aber unsere Projektidee sinnvoll abgebildet wurde, dann können wir hier sagen, wir gehen weiter und, ähm, gehen dann direkt über zum Programmieren, zum Beispiel. Und am Ende sagen wir, okay. Und hier machen wir jetzt nochmal so eine wunderbare Verzweigung, ähm, die uns dann am Ende wieder zusammengeführt wird. Wir sagen, ähm, hier. Wir sagen, wir wollen das Ding entweder programmieren lassen oder wir wollen es selber programmieren. Programmieren. Ach, komm schon. Programmieren lassen. Fragezeichen. Und wenn wir es programmieren lassen, dann müssen wir es logischerweise nicht selber programmieren. Ja, ist okay. Ähm. Naja, gut, dann wird es halt eine Riesenraute. Mir egal. Ähm. Hups. So, ich habe jetzt mal kurz für euch ein bisschen ein paar Schritte übersprungen. Sowas wie programmieren lassen. Ja, nein. Also die Pfeile, die kennen wir ja schon. Ähm. Wenn wir es jetzt programmieren lassen, müssen wir uns natürlich noch einen Programmierer suchen. Müssten den irgendwie einweisen, was er machen soll und so weiter und so fort. Das muss alles nicht sein. Ähm. Und sagen dann am Ende, okay, wir haben am Ende natürlich dann wieder unsere funktionierende Software in der Hand. Okay, das war das Falsche. Ähm. Und was man jetzt macht, ist, man sagt, okay, man nimmt sich wieder diese Raute her. Oder manche machen es auch einfach nur so. Aber wir sagen uns hier, wir nehmen uns die Raute wieder her. Und haben hier jetzt sozusagen ein gemeinsames Ende, das genau das ist, was wir wollten. Nämlich nicht so ein Abbruch wie hier oben. Wunderbar, ich habe sogar den Fall gekriegt. So, ähm. Okay. Also wir haben jetzt hier ein normales Ende. Nicht wie hier oben ein Abbruch. Das heißt, hier haben wir das Projekt abgebrochen, weil es nicht sinnvoll war. Hier unten haben wir das Projekt jetzt vollständig beendet. Und das ist sozusagen unser Flussdiagramm. Hier bei dem schwarzen Bobbel fangen wir an. Wir haben eine Projektidee. Ist die sinnvoll? Nein, wir brechen ab. Ja, wir designen das Ganze. Haben wir es gut gemacht? Äh. Nein, dann müssen wir nochmal von vorne an die Idee vielleicht dran. Oder ans Design direkt. Je nachdem. Ähm. Und haben wir die Projektidee super abgebildet in unserem Design. Dann können wir das Ganze programmieren lassen. Oder wir können es selber programmieren. Aber in jedem Fall bekommen wir am Ende eine wunderbare Software raus. Und sind glücklich. So sehen Flussdiagramme aus. Ihr seht, ist eigentlich mega einfach. Ähm. Alles was man braucht ist hier so eine Fallunterscheidung mit dieser Raute. Ähm. Die Endfelder sehen so aus. Das Startfeld ist hier einmal der Knubbel. Und dann gehen wir eigentlich von oben nach unten einmal den Pfeilen entlang durch. Und entscheiden uns immer. Hey. Was wollen wir machen? Ist es gut? Ist es nicht gut? Genau. Das ist eigentlich alles. Ähm. Wird tatsächlich sehr, sehr häufig eingesetzt. Ist auch sehr nützlich. Und hilft auch ein bisschen Struktur reinzubringen. Man hilft sich selber so ein bisschen denken. Habe ich so zumindest das Gefühl. Gut. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und ja. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.